10 Frühwarnzeichen, dass du einen Progesteronmangel hast, weinen, genervt sein, stärkste Schmerzen bei der Regel, sich zu Hause einkapseln, einigeln und verstecken wollen, ja all das sind Symptome eines Progesteronmangels und viele Frauen haben das Gefühl, dass sie gar nicht verstanden werden mit ihrer Problematik und am Ende denken sie noch, sie müssten in die Psychiatrie und wer ist schuld? Schuld sind letzten Endes wir Ärzte, weil wir diesen Progesteronmangel nicht erkennen, weder bei Mann noch bei Frau und die Männer, den kann ich nur sagen, auch herzlich willkommen zu diesem Video, bleiben sie dabei, denn sie werden am Ende des Tages sich selbst als Mann besser verstehen können und auch ihre Frau besser verstehen können oder Frauen schlechthin, denn sie leiden wirklich unter diesem Phänomen Progesteronmangel. Ganz herzlich willkommen nochmal, mein Name ist Dr. Selz, ich bin seit über 15 Jahren ein Arzt, der das Hormonsystem studiert und auch therapiert, seit über 15 Jahren in der bioidentischen Hormontherapie, begonnen hat das Ganze, als ich Arzt war in einer Burnout-Klinik und als ich bemerkt habe, Mensch Burnout, das kann nicht nur psychisch sein, sondern da steckt das Stresshormonsystem auch dahinter und ja letzten Endes bin ich so reingekommen in diese Therapie und in diesem Video schauen wir uns einfach die 10 häufigsten Symptome des Progesteronmangels an, Schwerpunkt Frauen, aber auch Männer können unter dem Progesteronmangel leiden und die Symptome, die sind ähnlich. Ja und so ein Progesteronmangel, der kann ganz ganz leicht entstehen, wir kommen gleich zu den Ursachen und er ist häufig einfach nur eine logische Konsequenz aus unserem Handeln oder auch der Einnahme von bestimmten Medikamenten, wie der künstlichen Empfängnisverhütung beispielsweise und schauen wir uns doch mal an, was so die Ursachen sind, ich habe das eine, die eine Ursache schon erwähnt, das kann Stress sein und da reichen, ich möchte mal sagen, kleine Dinge, damit unser Hormonsystem aus der Reihe kommen kann. Was ist Progesteron? Progesteron entsteht beim Mann und bei der Frau, es ist eines unserer Hauptsexualhormone, die Hormone von Mann und Frau sind im Prinzip identisch, beide Geschlechter haben die gleichen Hormone, nur wenn es in Richtung Schwangerschaft geht, da bekommen die Frauen noch ein paar Hormone extra mit dazu und es uns unterscheiden letzten Endes, unterscheidet natürlich die Geschlechtsorgane, aber auch die Höhe der Hormonspiegel, aber auch Frauen haben Testosteron beispielsweise und auch Männer haben das Östrogen, das man eigentlich so mit der Weiblichkeit in Verbindung bringt und natürlich haben wir auch das Gelbkörperhormon Progesteron. Warum? Weil aus dem Progesteron und hier sind wir mitten im Stresshormonsystem eben auch unser wichtiges körpereigenes Cortison oder Cortisol, so wie es heißt im Körper, entstehen kann und muss an der Nebenniere, denn Progesteron ist die Vorstufe von unserem wichtigen Cortison, denn damit Sie in der Früh aufstehen können, richtig Power haben, Kraft haben, den Tag durchzustehen, dafür benötigen Sie eben Cortisol. Und Stress kann eine Ursache dafür sein, dass wir eben in einen Progesteronmangel reingehen. Beide Geschlechter, ich messe sehr, sehr viele Progesteronmängel, vor allem bei Managern oder bei Männern in Führungspositionen beispielsweise, die sich ja einfach auch auspressen lassen, natürlich für Geld von den Konzernen, wie eine Zitrone und da halt auch ihre Federn lassen und diese Federn, die können wir messen im Hormonsystem und irgendwann kommt derjenige, hebt die Hand und sagt, Mensch, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt muss irgendetwas geschehen, ich kann dieses Tempo nicht mehr aufrechterhalten. Stress kann auch so ein Zweitschlag sein beispielsweise, wo man dann ganz plötzlich wie so ein Kartenhaus, das in sich zusammenfällt, in einen Progesteronmangel reinkommen können. Beispielsweise reicht in Anführungszeichen, wenn der Hund eingeschläfert werden muss. Das ist der Verlust eines engen Familienangehörigen, für viele ist es der Familienangehörige und das ist der größte Stress, den wir Menschen empfangen können oder aushalten müssen. Der Tod eines lieben Menschen oder eines engen Angehörigen ist der größte Stress, den wir als Stress empfinden. Also beispielsweise Jobverlust oder so irgendetwas ist auf der Richterskala nicht ganz so hoch. Und wenn so etwas dann kommt, wenn man, weiß ich, eine pflegebedürftige Mutter oder Vater hat und dann kommt noch so ein unerwartetes Ereignis mit dazu oder ein plötzlicher Rechtsanwaltbrief oder irgendeine Hiobsbotschaft, dann kann es der Zweitschlag eben sein, damit wir ganz plötzlich schwupp in einen Gelbkörperhormonmangel hineingeraten. Das Progesteron, dieses Gelbkörperhormon, ist so ein bisschen unser Wohlfühlhormon. Wir brauchen es für die Fortpflanzung. Es gibt uns einen schützenden Raum. Es puffert Stress letzten Endes ab. Es schafft eine Atmosphäre der Behaglichkeit und diese Atmosphäre, die kann dann natürlich ganz, ganz schnell schmelzen. Schmelzen tut sie übrigens auch mit der künstlichen Verhütung. Ich zeige Ihnen das gleich mal, wenn ich es aufmale in einigen Minuten. Ich bin also wirklich starker Gegner der künstlichen Verhütung ohne vorherige Aufklärung wohlgemerkt. Denn wir verschreiben ganz lapidar einfach mal so schnell die Pille, aber klären unsere Jugendlichen gar nicht drüber auf, dass das später mal einen Progesteronmangel als Folge haben kann. Warum? Weil ich, wenn ich den Eisprung unterdrücke beispielsweise, aus dem Ei muss der Gelbkörper werden. Und der Gelbkörper, der produziert dann dieses Progesteron bei der Frau. Dann kann ich halt hier eben ganz, ganz schnell dafür sorgen, dass sich viele, viele Gelbkörper eben, dass sich die nicht mehr bilden. Und dadurch komme ich auch in einen Progesteronmangel hinein. Genauso bei bestimmten Erkrankungsbildern kann eben einfach sein, dass der Eisprung ausbleibt. Und so ist dann auch die Progesteronproduktion bei der Frau stark gestört. PCO-Syndrom beispielsweise, viele kennen das. Und quasi ganz, ganz viele Eier auch entstehen, die aber wieder kaputt gehen. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt im Eierstock beispielsweise, viele Frauen mit PCO-Syndrom leiden unter Progesteronmangel. Lassen Sie sich im Übrigen nicht leichtfertig einreden, dass Sie, wenn Sie eine junge Frau sind, keine Kinder mehr bekommen können. Ich habe schon so viele Patientinnen mit PCO-Syndrom in der Praxis behandelt, die ganz problemlos einige Schwangerschaften dann gemacht haben. Aber achten Sie bitte auf die Behandlung des Progesteronmangels, wenn Sie hier betroffen sind. Machen Sie einen Test und schauen Sie, wie schaut das Progesteron beispielsweise bei mir aus. Ja, auch Schilddrüsenprobleme können zum Progesteronmangel führen. Und auch Progesteronmangel kann zu Schilddrüsenproblemen führen. Auch entzündliche Darmerkrankungen beispielsweise können dafür Sorge tragen, wie beispielsweise Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, solche Dinge, dass eben bestimmte Nährstoffe fehlen und dass dann eben auch das Hormonsystem außer Dritt kommt. Ebenso wie die Diabeteserkrankung beispielsweise und Nebennierenschwäche haben wir schon eigentlich beim Stress erwähnt. Auch das ist eben ein Grund, warum wir uns in einen Progesteronmangel hineinbegeben können. Ebenso wie jede Dysbalance, sage ich mal, des Hormonsystems, jede Hormonsystemerkrankung kann sich dann letzten Endes auch so äußern. Und ganz häufig haben wir es natürlich in den Wechseljahren. Der Progesteronmangel ist so ziemlich das Erste, was die Frauen spüren, wenn es in die Wechseljahre langsam hineingeht. Nicht so sehr der Östrogenmangel, obwohl der da häufig Zitierte ist und obwohl der als erstes meistens behandelt wird. Nein, es ist der Progesteronmangel, aber da gehen wir nochmal speziell drauf ein. Ja, bei Mann und Frau wird das Progesteron in der Nebenniere gebildet. Dort ist es eben die Vorstufe für unser Stresshormon Cortison. Aber hier sind wir bei der Frau und beim Eierstock. Also das soll hier der Eierstock sein. Und wir haben hier ungefähr 100.000 kleine Eier pro Seite. Und jedes Monat praktisch reift dann ein Ei bei der Frau heran. Und so am 14. Tag ungefähr kommt es zum Eisprung. Und letzten Endes bleibt dann eine Eihülle. Und diese Eihülle, die wird dann zum Gelbkörper. So heißt das. Und die Frau, die kriegt sozusagen als Belohnung für jeden Eisprung so einen Gelbkörper, wenn wir da mit der Pille nicht eingreifen. Also hier hinten haben wir dann quasi den 28. Tag. Dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Ein Ei reift wieder heran. Der Eisprung findet statt. Das Innere des Eis hier hüpft quasi heraus. Wenn es aufs Spermium trifft, dann kommt es hier zur Empfängnis und ein Kind kann entstehen. Und wenn es dazu nicht kommt, dann entwickelt sich hier praktisch dieser Gelbkörper. Und die Frau baut quasi im Laufe ihres Lebens so ein richtiges Gelbkörperreservoir an. Und das Progesteron ist deswegen auch eben das Gelbkörperhormon. Und wir haben hier diese Seite. Unter dem Einfluss von Östrogen entsteht hier praktisch die Reifung des Eis. Und so funktioniert es im Wesentlichen. Bleiben wir gleich bei dem Fall, wenn die Pille genommen wird. Wir haben die östrogenähnlichen künstlichen Pillen quasi. Die funktionieren so, dass hier eben der Eisprung einfach gestrichen wird. Und wenn ich keinen Eisprung habe, dann habe ich natürlich auch keinen Gelbkörper. Und dann haben wir die sogenannte östrogenfreie Pille. Das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Und was macht die östrogenfreie Pille? Das sind eben künstliche Substanzen, die so ähnlich wie das Progesteron gebaut sind. Die sorgen dafür, dass eben diese Gelbkörper schrumpfen. Und dass die Freisetzung des natürlichen Progesterons hier blockiert wird. Dass eben hier das Progesteron nicht zur Verfügung steht, wenn es eben zur Befruchtung kommt. Damit kein Kind letzten Endes entstehen kann. Das sind die zwei unterschiedlichen Methoden, wie man die Empfängnisverhütung künstlich steuern kann. Egal, ob man jetzt hier auf der Seite einschreitet und dann eine Hormonspirale gibt beispielsweise. Oder ein Drei-Monats-Stäbchen oder irgendwie sowas. Oder die Spritzen, was es da halt alles gibt. Stäbchen oder Spritze. Und es gibt auch Kombinationspillen, die eben so einen Teil hier enthalten. Künstliches Östrogen oder östrogenähnlich. Und eben künstliches Progesteron. Kommen wir zum ersten Symptom des Progesteron-Mangels. Nämlich der schmerzhaften Menstruation. Ja, alle Monate wieder die Frauen leiden wirklich, die dieses Problem haben. Der häufigste Grund oder mit der häufigste Grund eben für die schmerzhafte Menstruation ist der Progesteron-Mangel. Hängt halt einfach damit zusammen, dass Progesteron die Gefäßweite beispielsweise reguliert. Also das Abfluten vom Gefäß, wenn das Progesteron wieder weggeht von unseren Blutgefäßen. Dann sorgt es dafür, dass die Blutgefäße sich zusammenziehen und die Regelblutung auslöst. Man sagt auch, die Regelblutung ist eine Hormonentzugsblutung. Also den Blutgefäßen, dem Körper wird das Hormon Progesteron entzogen. Und sie zwicken quasi zusammen. Und die Schleimhaut blutet dann ab. Aber es ist nicht nur ein Grund, warum es zur schmerzhaften Menstruation oder Regel kommt. Denn ganz viele Rezeptoren, die Muskeln und so weiter. All hier oder all das ist auch letzten Endes beeinflussbar durch Progesteron. Es können auch Myome auftreten, Zysten, Eierstockzysten beispielsweise unter Progesteron-Mangel. Und das ist eben so eines der Hauptsymptome. Auch bei jungen Mädels übrigens, wenn sie dann in der Pubertät sind mit 11, 12, 13, 14, 15, auch 16, 17, 18-Jährige, haben dieses Problem noch, dass das Progesteron einfach im Vergleich zum Östrogen, das so brutal einschießt, in der Pubertät dann viel, viel zu niedrig ist. Und dass es dann eben zu diesen ganz, ganz schweren Zuständen kommt. Teilweise müssen die jungen Mädchen dann auch von der Schule zu Hause bleiben. Ja, und würde man die Jungs mal in der Pubertät auch besser aufklären, was da eigentlich mit den Mädels so passiert, dann denke ich, würde sich schon zu dem Zeitpunkt sehr viel Beziehungsstress sparen lassen. Beziehungsstress ist auch so ein Thema bei Frauen mit Progesteron-Mangel, obwohl sie überhaupt nichts dafür können. Warum? Es ist natürlich so, und dazu kommen wir gleich später, dass Progesteron auch die Stimmung maßgeblich beeinflusst. Bleiben wir aber mal bei der unregelmäßigen Menstruation. Ich habe es gerade schon versucht zu erklären. Die Regelblutung, die wird gesteuert durch Progesteron. Und zwar funktioniert es so, dass auf den Blutgefäßen Rezeptoren sitzen und diese Rezeptoren, wenn die besetzt sind mit Progesteron, dann sind die froh und glücklich und das Blutgefäß wird weitgestellt. Viel Blut kann hindurch fließen. Wenn das Progesteron allerdings absinkt, und das passiert am 26. 27. Tag, geht es in den Landeanflug über, bevor es dann wieder in die neue Menstruation reingeht, in die nächste Regelblutung, dann gehen diese Progesteron-Moleküle wieder weg vom Blutgefäß. Und das Blutgefäß stellt sich eng, wird enger gestellt. Und unten im Uterus, in der Gebärmutter, da kommt es eben dazu, dass richtig das abgezwickt wird und die Schleimhaut eben abblutet. Also kaum eine Frau weiß, wie das mit der Regelblutung funktioniert, warum dort unten es zur Blutung kommt. Ich kläre immer wieder die Frauen drüber auf, es ist eine Hormonentzugsblutung, das Progesteron geht einfach weg. Und wenn jetzt das Progesteron beispielsweise zu früh weggeht, sagen wir am 22. 23. Tag, weil der Progesteronspiegel einfach nicht mehr aufrechterhalten werden kann, dann habe ich einen zu kurzen Zyklus. Oder wenn das Progesteron nicht klar genug abfällt, also der Körper braucht immer einen klaren, erkennbaren, deutlichen Abfall, genauso wie wenn man die Tür zuschlägt. Aber wenn man sie nur leicht anlehnt, dann kann es eben sein, dass das Progesteron noch viel zu lange quasi da ist und die Regelblutung dann nicht auslöst, dass es der 33., 35. Zyklustag wird. Und die Frauen fühlen sich dann natürlich nicht wohl, wenn es zu diesen Unstimmigkeiten kommt. Es ist ein psychischer Stress letzten Endes, wenn ich nicht weiß, wann kommt meine nächste Regelblutung wieder. Oder sie setzt dann ganz, 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 ganz schnell und unerwartet schmerzhaft ein. Also all das kann der Progesteronmangel bewirken. Zu lang, zu kurz, schmerzhaft, ein riesengroßes Chaos. Ja, dem Hormonchaos folgt dann meistens auch das Gefühlschaos. Symptom Nummer 3, das prämenstruelle Syndrom, wo Frauen eben in den Tagen vor ihrer Menstruation diese Stimmungsschwankungen erleben, Reizbarkeit, Angstzustände, Depression, Weingrämpfe, Wutausbrüche, nah am Wasser gebaut, plötzliches Weinen während dem Fernsehschauen, während des Filmes beispielsweise oder dann auch die körperlichen Symptome, Kopfschmerzen, Brustziehen und so weiter. Auch Blähungen, denn die Beweglichkeit des Darmes hängt auch eben ab von Progesteron. Und so gibt es viele Frauen, die dann plötzlich Blähungen bekommen. Das stimmt mit dem Darm alles. Es sind dann die Hormone oder die dann Damen, die Verstopfung bekommen beispielsweise und dann erst wieder während der Regelblutung zur Toilette gehen können. Also all das kann eben Ausdruck dieses prämenstruellen Syndromes sein, ebenso wie auch Schlafstörungen. Progesteron sorgt für einen tollen, erholsamen Schlaf und viele Frauen in den Wechseljahren bekommen dann die Schlafprobleme als erstes. Da merken sie noch gar nicht quasi, dass sie hormonelle Probleme bekommen, dass sie in einem Ungleichgewicht sind. Und ja, viele Frauen berichten auch über Brain Fog beispielsweise, Konzentrationsstörungen, so Schusslichkeiten und so weiter, wenn es eben in die neue Regelblutung so hineingeht. Und ja, das kennen auch viele Damen, die Haut reagiert. Denn Progesteron sorgt letzten Endes immer für eine tolle, schöne Haut. Und wenn es dann wieder abflutet, wenn es wieder weggeht, wenn wieder Östrogenzeiten angesagt sind im Stoffwechsel, dann reagiert leider die Haut sehr, sehr negativ. Kommen wir zum Symptom Nummer 4. Brustziehen, Brustspannung, schmerzhafte Brüste, druckschmerzhafte Brüste. Fast ein blindes Symptom für Progesteronmangel, eventuell sogar schon für einen schweren Progesteronmangel. Und viele, viele Frauen kennen das, dass sie gar kein BH mehr tolerieren, wenn es auf die nächste Regelblutung zugeht. Beispielsweise viele Männer kennen das auch, dass die Frau nicht mehr an der Brust berührt werden will, dass sie auch zurückweicht oder zurückschreckt, wenn man nur leicht hinkommt. Und die Frauen sprechen vielleicht gar nicht drüber und denken, das wäre normal. Was man auch häufig sieht, ist einfach, dass die Zysten sich wieder füllen. Also wenn eine Frau Brustzysten hat und wenn dann das Östrogen wieder reingeht und ist, wenn es wieder dominanter wird, wenn es auf Zyklustag 1, 2, 3 zugeht, dann kommt ja das Progesteron wieder, das Östrogen kommt wieder, das Progesteron fällt ab und das ist der Grund, wieso dann eben die Zysten sich eventuell wieder entzünden können oder so in der Umgebung eine Entzündung stattfinden kann, eventuell Brustverhärtung und so weiter, weil eben hier das Brustgewebe ganz, ganz sensibel einfach auch auf die Hormone wirkt. Wenn Sie das haben, würde ich Ihnen dringend empfehlen, dass Sie eben hier einen Arzt aufsuchen, der einen Hormontest macht, egal ob Blut- oder Speicheltest, je nachdem mit was er arbeitet und so kann man dann draufkommen, kann dahinter kommen, hoppala, haben wir hier einen Progesteronmangel oder eben nicht, aber meistens ist es eigentlich eine Blickdiagnose. Im Übrigen gibt es auch bioidentische Salben, die man sich dann auf die Brüste draufschmieren kann, gibt es in jeder Apotheke, damit eben hier dieses Symptom, dieser akute Mangel im Brustbereich sofort gelindert werden kann. Ich habe es ja bei meiner Zeichnung schon anklingen lassen, das Progesteron ist extrem wichtig, damit sich die Frucht einnistet, das heißt nach der Befruchtung, damit eben diese Zellen sich vervielfältigen können, dass der Embryo entstehen kann, dass er sich schön einnistet und das ist eben abhängig von Progesteron und die ersten drei Monate einer frühen Schwangerschaft muss der weibliche Körper das selbst schaffen, das klingt auch etwas blöd, warum? Weil natürlich ab Monat 4 er es auch noch selbst schaffen muss, aber er hat dann ein kleines Helferlein bekommen, die Plazenta hat sich ausgebildet, der Mutterkuchen und die Plazenta, die bildet dann Progesteron und bildet extrem viel Progesteron, bis zu 20 Mal mehr Progesteron, bekommt die Frau in der Schwangerschaft dann ab und viele Frauen, die haben Sie vielleicht auch schon erlebt, die schweben auf Wolke 7 in ihrer Schwangerschaft und wenn eine Frau Ihnen sagt, ich möchte dauer schwanger sein, dann können Sie davon ausgehen, dass es eine Frau war, die vorher nicht so viel Progesteron abbekommen hat von ihrem Hormonsystem und jetzt dann mal unter dem vollen positiven, fast euphorischen Einfluss des Progesterons steht, warum euphorisch, warum sage ich das? Progesteron ist das stärkste oder mit das stärkste natürliche Antidepressivum und da kann man natürlich auch gleich noch sehr, sehr viele Symptome ableiten. Aber bleiben wir mal bei der Unfruchtbarkeit oder bleiben wir auch bei den frühen Abgängen. Die Frauenärzte, die behandeln dann auch mit Progesteron, auch mit bioidentischem Progesteron, meistens schon beim zweiten Versuch, wenn die Frau einen Abgang hatte. Aber wie gesagt, hier muss man forschen, es ist eines der häufigsten Ursachen für eine, für Fehlgeburten. 50 Prozent der Kinder gehen ja ab, meistens merken es die Frauen gar nicht, das geht dann als Schmierblutung oder die Blutung setzt zu früh ein. Also die Zahl ist wirklich super, super hoch von den Fehlgeburten und für die vielen, also für viele Frauen ist es einfach erst mal nicht merklich. Und ja, wenn es dann ein paar Mal passiert ist, einfach wirklich schauen, Progesteron testen, testen, testen. Und die Frauenärzte geben es ja dann letzten Endes auch von Vaginal. Und auch Frauen, die nicht schwanger werden können, auch hier würde ich schauen, Progesteron mit der Top-Kandidat, bestimmt unter den Top 1, 2, 3. Viele Frauen nehmen dann einfach die Pille über Jahre und dann setzt man die Pille ab und dann soll alles ganz, ganz easy gehen. Und so steht es halt im Katalog, aber so wird es oft nicht geliefert. Und hier muss man die Frau dann wieder überführen in einen natürlichen Zyklus, in einen 28-Tage-Zyklus. Warum nicht 29, warum nicht 27? 28 Tage, so steht es eben im Lehrbuch. Und man kann schon die feinen Nuancen so ein bisschen rauslesen. Wenn eine Frau 30 Tage hat oder einen 26- oder 25-Tage-Zyklus, dann sagt man, das wäre normal, das ist alles in der Range. Für mich ist es eben nicht in der Range. Und ich schaue immer, dass ich hier einen schönen optimalen Zyklus hinbekomme, damit dieses ganze System einfach so funktioniert, wie es angedacht wurde. Ich hoffe, das konnte ein bisschen helfen, denn viele Frauen haben gar keine Idee, warum sie nicht schwanger werden können. Es sind dann häufig, wie gesagt, Spätfolgen der Pille oder der Hormonspirale. Und hier muss man ganz, ganz besonders aufs Progesteron schauen. Ja, viele Männer merken, dass sich ihre Frauen verändern im Laufe der Jahre, wenn sie älter werden, dass sie zu Angst neigen, dass sie zögerlicher werden, dass so diese draufgängerische Komponente etwas fehlt, die sie vielleicht kennengelernt haben, als es ein junges Paar war. Und auch hier sollte man wirklich schauen, steckt ein Progesteronmangel dahinter. Depression, Angst, Melancholie, nah am Wasser gebaut, zurückziehen wollen. Die Frauen sind natürlich gefordert, man muss sich vorstellen, wir haben das Problem mit der künstlichen Empfängnisverhütung, dass wir eben Eisprünge einbüßen. Das ist ja ganz normal. Dann setzen wir die Pille ab, dann bekommt die Frau das erste Kind. Die erste Schwangerschaft wird meistens progesteronmäßig noch recht gut toleriert und noch recht, man kommt gut aus der ersten Schwangerschaft raus. Aber dann viele Frauen kommen aus ihrer zweiten Schwangerschaft eben mit einem Progesteronmangel raus. Doppelt Achtung nochmal, wenn es sich um einen Kaiserschnitt gehandelt hat. Auch hier habe ich die praktische Erfahrung gemacht, dass häufig Frauen aus dem Kaiserschnitt heraus mit einem ganz starken Progesteronmangel kommen. Baby Blues gibt es da natürlich und auch hier sollten die jungen Väter ganz, ganz, ganz gezielt drauf schauen. Ich habe schon so viele Familien kommen sehen, aber zu spät kommen sehen mit Baby Blues. Baby Blues ist nichts anderes als ein schwerer, schwerer Progesteronmangel, der sofort behandelt werden muss. Das heißt also, eine schwere Depression direkt nach Geburt oder in den Wochen nach der Geburt des Kindes, weil das Progesteron einfach im Prinzip am gleichen Tag, wo das Kind auf die Welt kommt, auf null runter knallt. Also von 20-facher Höhe in der Schwangerschaft auf null runter, Vollbremsung sozusagen und dann kommen die Stillhormone ins Spiel und bei vielen Frauen, die eben vor der Schwangerschaft schon guten Progesteronspiegel gewöhnt waren, kommt es hier zur Vollbremsung, zur depressiven Vollbremsung sozusagen. Und viele Frauen gehen dann wirklich stationär in die Psychiatrie. Ein unglaublich belastender Zustand. Alle freuen sich herum, das Baby ist da und die Frau ist diejenige, die am liebsten ihr Baby, ja, buchstäblich und leider passiert es häufig, irgendwo ablegen will, aus dem Fenster schmeißen will, umbringen will. Und das ist nichts anderes, wie gesagt, als dieser Progesteronmangel. Heißt das jetzt, dass jede depressive Frau einen Progesteronmangel hat? Nein, das heißt auf gar keinen Fall. Die Depression hat sehr, sehr viele verschiedene Aspekte, sehr, sehr viele verschiedene Ursachen. Es kann eine rein psychische Sache sein, es kann eine reine Mangelsache sein, es kann eine Kombination sein, es kann das Hormonsystem sein. Aber es ist so eines der Dinge, die ich auf jeden Fall ausschließen würde, wenn ich vorher nie groß mit Depressionen zu tun hatte und dann eben plötzlich eine Depression bekomme. Häufig ist die Depression dann auch assoziiert in der Dreierkombination Depression, Progesteronmangel schwer und dadurch natürlich ganz, ganz viele schwere Blutungen. Und als drittes haben wir dann den chronischen Eisenmangel, der dann ja auch wieder eine schwere Depression hervorrufen kann. Also wie gesagt, der Progesteronmangel macht dann die schweren Blutungen, der macht, die Blutungen machen dann den schweren Eisenmangel und das führt dann zu schweren Depressionen. Symptom Nummer sieben, der Fettansatz, der typische weibliche Fettansatz um die Hüften herum, um die Oberschenkel herum und auch die Wassereinlagen können Progesteronmangel bedingt sein. Warum? Wenn ich einen Progesteronmangel habe, dann kann mir das Östrogen praktisch in der Relation zu hoch werden und dieses Ungleichgewicht sorgt dann letzten Endes für diese komische Fetteinlagerung, die viele Frauen so fürchten und viele Frauen dann auch bekommen dieses kleine Bäuchlein, die dann ja völlig geschockt sind. Die Damen, die dann in der Sprechstunde aufschlagen und sagen Mensch, ich mache so viel Sport, ich ernähre mich gesund, mein Darm ist gesund, aber ich bekomme so ein kleines Bäuchlein. Und das ist dann eben halt häufig, wenn es in die Wechseljahre beispielsweise reingeht oder ja als Nebenwirkung letzten Endes der künstlichen Empfängnisverhütung zu sehen. Und die Frage ist dann die häufigste Frage, die ich bekomme, ja kann ich denn jetzt einfach Progesteron nehmen und dann geht es wieder weg? Nein, so leicht geht es letzten Endes nicht. Man muss dann schon Dinge machen, eventuell auch eine Lipolyse machen, das Fettgewebe auflösen. Aber wie gesagt, das ist ein hormonell gesteuertes Fettgewebe und es erwischt ganz, ganz schlanke, hochsportliche Frauen, die dann plötzlich diese komische Fettanlagerung bekommen. Ja, viele Frauen leiden unter einer geringen Libido und auch hier kann das Progesteron eine Rolle spielen und man kann es auch wieder steigern über partnerschaftliche Stärkung beispielsweise dieses Progesteron. Warum? Wir wissen ja, Progesteron sorgt dafür für die Einnistung, wenn man schwanger werden möchte und Progesteron steuert letzten Endes oder greift auch ein in die Steuerung der anderen Hormone und hier kann es eben bei einem Mangel zur geringeren Libido kommen, kann aber natürlich auch ein Östrogenmangel sein mit der geringeren Libido und auch ein Testosteronmangel bei der Frau. Aber häufig haben eben Frauen mit Progesteronmangel eben auch schon als mit eines der ersten Symptome eine geringere Libido. Was heißt hier? Natürlich klar, psychische Ursachen mit betrachten, auch andere Dinge mit betrachten, aber häufig lohnt es sich hier auch einen Hormonspeicheltest zu machen beispielsweise oder einen Bluttest, um zu sehen, wie stehen denn die Hormone zueinander und kann es sein, dass einfach hier das Hormonsystem eine Ursache hat, wenn auch die Frau sich das Ganze nicht erklären kann. Testosteronmangel habe ich schon erwähnt, dass es kann auch sein, dass eine Frau eine minimale Menge Testosteron mal benötigt, denn auch das ist notwendig für die Libido der Frau, natürlich auch für die Libido des Mannes, aber ganz besonders auch bei den Frauen. Das ist aber das aller, 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 allerletzte, was man dann behandelt, wenn man mit den anderen Maßnahmen keinen Erfolg hat. Ja, Progesteron spielt auch eine große Rolle bei der Haut, denn es greift ein in den Abbau von Geweben. Die sogenannten Matrix-Metalloproteinasen werden gesteuert durch Progesteron, werden letzten Endes blockiert durch Progesteron und das führt eben dazu, dass wir keinen Gewebsabbau machen und wenn dann Progesteron fehlt, dann kommt es quasi zum beschleunigten Gewebsabbau, Faltenbildung und so weiter, aber auch Östrogen hängt oder greift tief ein eben in dieses Erscheinungsbild der Haut, aber wie gesagt, schlechte Stimmung, schlechte Haut, Fetteinlagerung, Wassereinlagerung, das sind so auch diese vier Hauptsymptome und die Hautgesundheit, die kann eben auch zyklusbedingt schwanken. Sie kennen das vielleicht von Ihrer Haut, dass eben es Tage gibt im Zyklus, wo die Haut sehr, sehr schön ist und es wieder Tage gibt im Zyklus, wo die Haut dann ganz, ganz schlecht wird. Beim Mann wird die Hautgesundheit nicht so sehr übers Progesteron gesteuert. Die Frauen leiden da viel, viel mehr darunter, Pickelbildung und so weiter, die sich dann wieder relativ schnell binnen weniger Tage zurückbildet. Also auch hier würde ich definitiv schauen aufs Progesteron, wobei auch natürlich beim Mann das in der Pubertät die Akne kommen kann, auch Testosterone Rolle spielen kann. Bei der Frau geht es eben auch immer wieder um die Balance quasi dieser Sexualhormone und da spielt eben das Progesteron eine Rolle. Wenn das Progesteron sinkt, dann bekommen die anderen Hormone eben hier dieses Übergewicht und können dann Ursache dieser blöden Hautgeschichten sein. Ja und wenn Sie das Gefühl haben, Kopfschmerzen und Migräne, das hängt irgendwie mit meinem Hormonsystem zusammen, dann kann ich Ihnen nur raten, mein Buch gegen nur Druck und Versand anzufordern, Migräne ade, denn ich kenne kein anderes Werk, wo so genau darauf eingeht, was eben das Hormonsystem mit Kopfschmerzen und mit Migräne macht. Ich habe mich da sehr intensiv reingefügt, warum meine Mutter war Migräne-Patientin und deswegen hat mich das Ganze auch von der hormonellen Seite eben interessiert. Was passiert hier? Einer der Hauptmechanismen ist ganz einfach das gleiche letzten Endes, wie es zur Blutung kommt, denn die Gefäßweite, habe ich schon gesagt, wird durch Progesteron eben gesteuert und da kann es natürlich sein, wenn ich einen Progesteronmangel habe, dass auch die Kopfgefäße beispielsweise damit betroffen sind oder dass eben ein Östrogenüberschuss kommen kann. Östrogen reguliert dann wieder die Empfindlichkeiten an den Hormonrezeptoren, beispielsweise auf Neurotransmitter oder eben auch auf Histamin und so kann man dann auf direkten Wege einen schönen Anfall schießen, den man vielleicht am 14. Tag bekommt, aber am 17. Tag nicht und am 11. Zyklustag auch nicht. Es hängt eben dann einfach mit der Konzentration der Hormone im Blut zusammen, die eben bei der Frau total schnell schwankt. Ja, ich hoffe, dieses Video konnte Ihnen ein bisschen Einblick geben, was die Progesteronmangel-Symptome sind. Die häufigste Frage ist natürlich, ja, was machen wir jetzt, wie behandeln wir das Ganze? Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, bis zum gewissen Grad, würde ich sagen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hormon-Yoga beispielsweise, bestimmte pflanzliche Dinge wie Mönchspfeffer oder sowas, aber irgendwann kommt der Punkt, wenn der Progesteronmangel ein bestimmtes Maß erreicht hat, dann greifen diese Maßnahmen nicht mehr gut oder im Prinzip gar nicht, dann muss man letzten Endes auf eine Hormonersatztherapie gehen, die gibt es natürlich einmal chemisch und einmal biologisch oder bioidentisch. Was heißt bioidentisch? Bioidentische Hormone heißt jetzt nicht, dass sie irgendwie biomäßig sind aus dem Bioladen, sondern es heißt so, dass sie bioidentisch genauso die Formeln praktisch gespiegelt oder enthalten, wie eben der Körper sie herstellt. Und die Jamswurzel ist hier eine geeignete Quelle für diese bioidentischen Hormone. Die müssen dann im Labor auch nochmal, dieser Wirkstoff Dioskinin muss im Labor nochmal verändert werden, dass dann tatsächlich eben Progesteron und so weiter rauskommt. Aber die Naturidentie oder Bioidentie-Hormontherapie, die gibt eben die Hormone so, wie es der Körper herstellt und wie der Körper sie dann auch mit seinen eigenen Abbaumechanismen letzten Endes wieder abbauen kann. Und das ist bei den chemischen Substanzen, die dann stark verändert sind vom Molekül, eben nicht immer garantiert, dass die körpereigenen Abbaumechanismen, die, die dafür vorgesehen sind in der Biochemie, diese Hormone dann abbauen können, wenn wir sie mal aus Versehen überdosieren. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich werde noch viele, viele Videos machen zum Hormonmangel und natürlich auch zur Therapie von Östrogen, Progesteron und so weiter. Und dann danke ich Ihnen fürs Zuschauen. Schauen Sie aufs nächste Video und wir sehen uns bis bald.